Booster 14 sieht Feuer vor Starship Start Nummer 7 New Glenn absolviert erste Cryo-Tests von erster und zweiter Stufe vor dem Erststart Die SpaceX Starbase soll eine eigene Stadt werden Jared Isaacman gibt ersten Ausblick auf seine Amtszeit als NASA-Administrator SpaceX mit 350 Milliarden jetzt deutlich höher bewertet als größtes deutsches Unternehmen JPL beendet die erste Untersuchung eines Flugunfalls auf einem anderen Planeten Virgin Galactic will von Italien aus starten Und alle Teile für den zweiten Flug der Ariane 6 sind bereit für die Montage Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an Herzlich Willkommen zu Senkrechtstarter, dein Kanal für alles über Raumfahrt Endlich wieder Starship Booster Feuer Seit Starship Flug 6, da war ich ja langsam echt schon auf Entzug Ich weiß nicht, wie es euch da geht Ich hatte letzte Woche über die Vorbereitung für einen möglichen startischen Feuertest von Booster 14 gesprochen Diese Woche war es dann soweit Am 7. Dezember, da führte Booster 14 aber erst einen Spin-Prime-Test durch Dabei werden ja die Turbopumpen der Raptor-Triebsäcke vor einer richtigen Zündung getestet Wenn ich mich richtig erinnere, dann hatten wir auf Flug 6 oder vor Flug 6 Keinen Spin-Prime-Test von Booster 13 Wann SpaceX sich für diesen Test entscheidet und wann nicht, das kann ich euch leider nicht sagen Was ich euch sagen kann ist, SpaceX hat am 9. Dezember dann einen statischen Feuertest von Booster 14 durchgeführt Ob der Test 100% erfolgreich war, ist mir nicht bekannt Normalerweise gibt es ja Hinweise von SpaceX, ob die geplante Testdauer fehlerfrei durchlaufen wurde Aber schöne Bilder und Videos wurden veröffentlicht Katastrophal schiefgegangen, sieht für mich aber auf jeden Fall anders aus Nach dem Test, da ging es für Booster 14 zurück in die Mega B1 am Bauplatz Ja und der Booster, der hält jetzt vermutlich die letzten Vorbereitungen für seinen Flug Ja, dann gab es einen fliegenden Wechsel mit der für den 7. Flug vorgesehenen Oberstufe Ship 33 Das erste Starship-Jahr in der neuen Version 2 mit besonderen Upgrades für den Wiedereintritt Ship 33 ist aktuell in der Messies-Testanlage 8 Kilometer westlich vom Bauplatz Und Ship 33 hat dann am Donnerstag, 12. Dezember auch ein Spin-Prime Einzelner oder möglicherweise all seiner 6 Raptor-Triebwerke absolviert Sollte alles nach Plan verlaufen sein, dann könnte uns auch hier ein Feuertest erwarten Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, dann könnte der auch schon passiert sein Apropos schon passiert, wir sind ganz ganz dicht an den 80.000 Abonnenten Wenn du es noch nicht gemacht haben solltest, unbedingt den Kanal abonnieren Wäre doch Hammer, wenn wir diesen Meilenstein noch in diesem Jahr schaffen Ja und mit dem Abo, da bleibst du ja up to date, was so alles krasses in der Raumfahrt passiert Etwas krasses, was uns schon ums Eck erwartet Der neue Start der größten und schubstärksten Rakete, die je gebaut wurde Starship-Start Nummer 7 aus einem NASA-Dokument, da wissen wir ja Der nächste Starship-Start, der wird frühestens für den 11. Januar 2025 erwartet Der Wiedereintritt der Ship 33 Oberstufe soll von NASA-Flugzeugen gefilmt werden Daher der Hinweis aus dem NASA-Dokument auf das Startdatum Sollten Wiedereintritt und Landung im Indischen Ozean der Oberstufe wie geplant gelingen Dann könnte SpaceX bereits auf Flug 8 versuchen, die Oberstufe in der Starbase zu landen Die Hardware für diesen Flug 8, das wäre dann voraussichtlich Booster 15 und Chip 34 Ja und langsam kommt hier wieder eine verlässliche Zählung zustande Im Laufe des Programms, da konnte man bei den vielen Zahlen und den vorzeitig verschrotteten Prototypen etwas den Überblick verlieren Ja und Flug 9 dann voraussichtlich mit Chip 35 und Booster 16 An Booster 16, da wird bereits seit einer gewissen Zeit gearbeitet Wann wir ihn zum ersten Mal mit seinen vollen 71 Metern erblicken können, das müssen wir abwarten Abwarten ist nicht unbedingt eine Tugend von SpaceX Man kennt das ja, wenn man sich nicht regelmäßig bewegt, dann zwackt und zwickt es Wer rastet, der rostet Auch die Integrations- und Fangarme am Starbase Pad A haben diese Woche offensichtlich Gymnastik gemacht Das Fangen von Booster 13, das wurde auf dem letzten Flug ja wegen Kommunikationsprobleme mit dem Start- und Fangturm abgebrochen Auf dem nächsten Flug 7 soll dann erneut versucht werden, den 71 Meter hohen Super Heavy Booster etwa 8 Minuten nach dem Start auf den Chopsticks zu landen Nein, nicht direkt SpaceX News, aber ich würde mal behaupten, diese Anlage, die ihr hier seht, mit der das chinesische Cosmo Leap in Zukunft auch seine Raketen nach einem Start fangen will Die hat ein prominentes Vorbild Ja und da es echte Hardware-Bilder sind, da will ich euch die hier nicht vorenthalten Das Hauptquartier von SpaceX, das soll in die Starbase nach Texas Weiter noch die Starbase, die soll zu einer eigenen Stadt werden SpaceX stellt jetzt bei den örtlichen Behörden von Cameron County einen Antrag auf Eingemeindung der Starbase Die Zufahrtswege, die sind nicht die besten und die Umgebung der Starbase nicht optimal genutzt Nun soll die Eingemeindung den Ausbau dringend benötigter Infrastruktur beschleunigen Auch für die aktuell wohl knapp 3500 Mitarbeiter in der Starbase soll so Lebensraum in direkter Umgebung zum Arbeitsplatz entstehen Außerdem, der Firmensitz von SpaceX, der wird in die Starbase verlegt, was der Gouverneur von Texas, Greg Abbott auf X begrüßt Ich hatte darüber berichtet, Jared Isaacman wird nach seiner Nominierung durch Donald Trump sehr wahrscheinlich NASA-Administrator Dementsprechend wurden alle seine Auftritte und Reden diese Woche sehr genau beobachtet und abgeklopft Wie viele andere hatte auch ich in der letzten Woche die naheliegende Frage aufgeworfen, wie es denn nun mit dem Polaris-Programm weitergeht Jared hat gesagt, dass da nun tatsächlich ein Fragezeichen steht Es könnte sein, dass es nun für eine Weile auf Eis liegt Das müssen wir abwarten Es sei jedenfalls einfach begeistert von der Zukunft der Menschheit zwischen den Sternen und von dem, was da kommen wird Und dass diese Zukunft viel schneller kommen wird, als viele vielleicht denken Auch in einer Welt, die immer digitaler und schneller wird, gibt es Momente, die Ruhe und besondere Wertschätzung verdienen Wie zur Weihnachtszeit, wenn eine handgeschriebene Nachricht an die Liebsten mehr sagt als tausend Worte Ja, oder wenn deine Unterschrift eine neue Ära einläutet Genau für diese einzigartigen Augenblicke wurde der Hoverpan von Novium geschaffen Ein Schreibgerät, das mehr ist als nur ein Werkzeug, ist eine Quelle der Inspiration Gefertigt aus hochwertigem Flugzeugaluminium schwebt der Hoverpan präzise in einem 23,5 Grad Winkel Klar, eine Hommage an die Schiefe der Ekliptik, die uns unter anderem die Jahreszeiten auf der Erde schenkt Ein einziger Blick auf diesen Stift reicht aus, um zu inspirieren Er ist ein zeitloses Kunstwerk, das auf jedem Schreibtisch seine ganz eigene Geschichte erzählt Das sieht auch das Time Magazine so, das den Hoverpan in der Kategorie Design als eine der besten Erfindungen führt Erhältlich in den Farben Space Black, Starlight, Silver, Mars, Magma und Neptune Blue Gibt es für die echten Liebhaber noch besondere Details Zum Beispiel Echtgold-Akzente oder haltet euch fest, das Fragment eines echten Meteoriten Dieses 4,56 Milliarden Jahre alte Stück kosmischer Geschichte macht die Premium-Edition des Hoverpan zu weit mehr als einem Schreibgerät Das ist ein Symbol für Visionen, ein Stück Universum, das uns an die Unendlichkeit erinnert Und vielleicht sogar ein gutes Omen für wichtige Verträge oder ganz besondere Momente Die Future Edition des Hoverpan, die gibt es auch als 2 in 1 Füllfederhalter und Tintenroller Der Hoverpan ist auch ein tolles Weihnachtsgeschenk mit meinem Link und dem Code senkrechtstarter Da bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Novium-Bestellung und der Versand ist dann auch für euch kostenlos Findet ihr beides in der Videobeschreibung SpaceX wird ja nicht öffentlich gehandelt Aber etwa zweimal im Jahr können Anteilseigner wie zum Beispiel Mitarbeiter mit Aktienpaketen ihre Anteile an interessierte Investoren verkaufen Jetzt soll in so einer sekundären Finanzierungsrunde 185 Dollar pro Aktie aufgerufen worden sein Das würde SpaceX auf eine Bewertung von 350 Milliarden Dollar bringen Umgerechnet etwa 333 Milliarden Euro Zum Vergleich das wertvollste DAX-Unternehmen SAP Das bringt es auf knapp 260 Milliarden Euro Besonders bemerkenswert, SpaceX kaufte in dieser Runde selbst Aktien im Wert von etwa 500 Millionen Dollar zurück Dinge, die zu SpaceX zurückkommen, so ein bisschen das Markenzeichen der Firma SpaceX hat den Bau einer Falcon-Landezone am PET-39A beantragt Bisher erfolgen ja alle Landungen in Florida auf den Landezonen 1 und 2 in der Cape Canaveral Space Force Station Das ist ja etwa nur 9 Kilometer weiter südlich Die Pacht für die Landezone in der Cape Canaveral Space Force Station läuft aus und wird, so zumindest mein letzter Stand, nicht mehr verlängert Die Landezonen werden nur für Falcon-Starts mit relativ leichten Nutzlasten verwendet Da die Rückkehr zum Startplatz mehr Treibstoff erfordert Der überwiegende Teil der Falcon-Landung erfolgt auf Drone-Chips in Flugrichtung, grob 600 Kilometer vom Startplatz entfernt Wenn wir schon in Florida sind, es war ja etwas ruhig geworden um den Starship-Startplatz in Florida Als wir im März drüben waren, da hieß es schon, der Starttisch, der werde wieder abgerissen Jetzt wurde auch mit der Entfernung eines vertikalen Sauerstofftanks begonnen Die Beine des nach Starbase Pad A aussehenden Starttischs am Pad 39A, die wurden längst entfernt Und in der SpaceX-Anlage an der Roberts Road, da hat NASA Spaceflight bereits Starttischteile gesichtet, die dem neuen Design von Starbase Pad B ähneln Wenn alles nach Plan läuft, dann will SpaceX Ende 2025 auch von Florida aus Starship starten Apropos starten die Starts der vergangenen Woche Am Donnerstag, 12. Dezember, da wurde in China mit einer langen Marsch 2D Fünf Test-Satelliten einer neuen Konstellation namens High-Speed Laser Diamond gestartet Am Freitag, 13. Dezember, da war offensichtlich kein Unglückstag für SpaceX Von Vandenberg in Kalifornien ist eine Falcon 9 mit Starlings erfolgreich gestartet Und der eingesetzte Booster ist auf Droneship of course als Delovio wieder gelandet Am Samstag, 14. Dezember, da hat Rocket Lab einen weiteren suborbitalen Flug seiner Elektron von Wallops Virginia durchgeführt Kunde ist Leidos Die entwickeln für das Pentagon-Hyperschallwaffen und nutzen eine modifizierte Elektron-Rakete als Träger für Tests Ja, wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, könnte in Japan die Kairos-Rakete zu ihrem zweiten Flug gestartet sein Der erste Flug, der hatte noch in einem Feuerball geendet, nachdem die Rakete ihre Selbstzerstörung aktiviert hatte Da dies der erste Raketenstart in Japan war, mit dem ein automatisches Flugsicherheitssystem eingesetzt wurde Hat man die Zerstörungskriterien damals besonders konservativ festgelegt Haben sie dieses Mal hoffentlich verbessert Ebenfalls am Samstag, 14. Dezember, sollte eine lange Marsch 2D von Taiji One ausgestartet sein Die Nutzers, die ist mir leider nicht bekannt Apropos langer Marsch oder Shenzhen, wie man in China sagt In China bereitet man den ersten Start der staatlichen Guangwang-Megakonstellation vor Sie soll dann auch globale Breitband-Internetabdeckung und damit eine Antwort auf SpaceX Starlink bieten Am 10. Dezember, da wurde eine lange Marsch 5B-Rakete auf der Startrampe in Wingchang gesichtet Mit dem Start rechnet man in den kommenden Tagen Langermarsch 5B, genau das ist aktuell Chinas größte einsatzbereite Rakete Und sie hat vor allem mit den Starts der chinesischen Tiangong-Station von sich reden gemacht Viele in der Presse darüber, dass die zweite Stufe bei diesen Starts immer unkontrolliert erst Wochen später wieder eingetreten ist Zum Glück nichts passiert Da auf dem kommenden Start erstmals in der Langermarsch 5B eine Yuanjian-2-Oberstufe als dritte Stufe eingesetzt wird Vermuten viele die zweite Stufe, die beschleunigt nur suborbital und trete so nicht unkontrolliert wieder ein Sondern halt direkt nach der suborbitalen Phase Den finalen Orbit und das Aussetzen der Guangwang-Satelliten würde dann die dritte Stufe übernehmen Die hatten wiederzündbares Triebwerk, könnte sich also auch kontrolliert entsorgen Ob das geplant ist, das kann ich euch noch nicht sagen Guangwang übersetzt nationales Netzwerk, plant fast 13.000 Satelliten und soll die digitale Wirtschaft Chinas stärken sowie nationale und internationale Konnektivitätsziele erfüllen Das kommerzielle Gegenstück in China ist die 1000-Segel-Konstellation, die bereits über 54 aktive Satelliten im All verfügt Ihr erinnert euch vielleicht noch, der NASA-Helikopter Ingenuity hat Anfang des Jahres auf dem Mars eine Bruchlandung erlitten Was genau das Problem war, das wurde nun bekannt Ursache war laut JPL ein Navigationsproblem Die Kamera konnte auf dem gleichförmigen Sandboden keine Orientierungspunkte erkennen Flug 72 endete dann schließlich mit beschädigten Rotorblättern, was einen Widerstarten unmöglich macht Ganz interessant, dass die Rotorblätter nicht durch Kontakt mit dem Boden, sondern durch die Belastung beim Aufsetzen brachen Trotz der Fluguntauglichkeit ist Ingenuity übrigens weiter funktionsfähig Der Helikopter, der dient nun als Wetterstation und könnte theoretisch noch 20 Jahre lang Daten liefern Der Kontakt zu Perseverance, der als Relais zur Erde dient, der wird jedoch bald abreißen, da der Rover aus der Funkreichweite fährt Ingenuity war das erste mit Rotorkraft extraterrestrisch fliegende Gefährt überhaupt und hatte wichtige Daten für den Flug auf dem Mars geliefert Ein Konzept namens Mars Chopper könnte laut JPL 5 Kilogramm Nutzlast transportieren und mit 3 Kilometern pro Marstag viel größere Distanzen überwinden als die heutigen Mars Rover Was dann ein potenziell großer Durchbruch für die Mars-Erforschung verspricht Der Mars Rover Perseverance und sein kleiner Begleiter Ingenuity, die waren 2020 zum Mars aufgebrochen 2020, da wurde auch das Artemis-Abkommen ins Leben gerufen und das hat jetzt 50 Unterzeichner Neu dazugekommen sind Panama und Österreich Apropos Artemis, die Hauptstufe des SLS für Artemis 2, die wurde diese Woche zum ersten Mal im VAB der NASA in die Senkrechte gebracht Letzte Woche hatte ich bereits darüber berichtet, dass die ersten Feststoffsegmente für den Zusammenbau vorbereitet wurden Ein baldigen Start sieht die aktuell größte einsatzbreite Orbitalrakete aber nicht entgegen Ebenso bereits letzte Woche hatte ich darüber berichtet, dass die NASA den ersten SLS-Flug mit Menschen um den Mond auf 2026 verschiebt Das Artemis-Programm der NASA, das sieht ja den Transport von Menschen zur Mondoberfläche mit kommerziellen Fahrzeugen vor Starship HLS von SpaceX und der Blue Moon Lander von Blue Origin Blue Origin scheint wirklich auf der Zielgeraden für den Erstflug der New Glenn Rakete zu sein Diese Woche, da hat man sowohl cryogene Tests, sowohl der zweiten als auch der ersten Stufe der Rakete abgeschlossen und Bilder der Nutzlast für diesen Testflug geteilt Der erste Flug der New Glenn Rakete, der soll noch in diesem Jahr stattfinden, das wird langsam ein bisschen eng Beim Jungfernflug, genannt NG-1, da wird der Prototyp des Blue Ring Pathfinder getestet Das ist ein Orbital-Transferfahrzeug zur Satellitenplatzierung und Hosting von delizierten Nutzlasten Blue Ring Pathfinder, der wird für eine sechs Stunden dauernde Mission an der zweiten Raketenstufe befestigt bleiben um Kommunikations- und Energie- und Computersysteme zu erproben Das Fahrzeug kann laut Blue Origin bis zu drei Tonnen Nutzlast tragen und bietet 13 Ports für flexible Einsatzmöglichkeiten Vor dem Start der New Glenn sind jedoch noch der Abschluss der Bodentests der Rakete und die Genehmigung der US-Luftfahrtbehörde FEE erforderlich Laut Blue Origin CEO David Limb, da wartet man auch für den heißen Feuertest der ersten Stufe noch auf die regulatorische Freigabe New Glenn ist mehr als 98 Meter hoch und damit sogar höher als das SLS der NASA Die wiederverwendbare erste Stufe ist für 25 Missionen ausgelegt und wird von 7 B-Vortriebwerken von Blue Origin angetrieben die bereits sehr erfolgreich mit der Vulcan-Rakete von ULA fliegen Ganz interessantes Detail, er schreibt, dass die 1500 Kubikmeter Treibstoff vor dem Start in etwa 30 Minuten betankt werden Bemerkenswerter aber finde ich da noch, dass die Triebwerke des Boosters den Treibstoff in nur 3,5 Minuten leeren Das ist im Vergleich zur Falcon 9 und dem Starship von SpaceX ein bisschen länger Das spricht so ein bisschen dafür, dass da mehr Delta V aus der ersten Stufe kommt Das würde bei einem teilwiederverwendbaren System ja auch durchaus Sinn machen, da man nur die erste Stufe nach dem Start wiederbekommt Eric Berger deutet auf Ars Technica an, dass die Nutzlastkapazität der aktuellen Version von New Glenn eher bei 25 Tonnen liegen als bei den eigentlich vermarkteten 45 Tonnen Er sagt weiter, dies sei für neue Trägerraketen nicht ungewöhnlich Die Leistungsdaten aus der Praxis, die würden dann das Verbessern der Hardware und der Software für künftige Flüge ermöglichen Prominentes Beispiel Falcon 9, ursprünglich knapp 9 Tonnen Nutzlast, mittlerweile etwa 23 Tonnen David Lim teilte auch Bilder von dem Landesschiff Jacklin Blue plant ja schon direkt auf dem ersten Flug die erste Stufe zu landen Nach Lims Aussage wäre die Landeplattform für New Glenn eines der größten ferngesteuerten Schiffe der Welt Das Bild, das zeigt ein ferngesteuertes Bergungsfahrzeug, das unmittelbar nach der Landung mit dem Booster verbunden wird Diese Verbindung, die sorgt dann laut Lim für Strom, Kommunikation und pneumatische Verbindungen zwischen der Boosterstufe und der Plattform Der Roboter, der wird aus 5 bis 10 Seemeilen Entfernung von einem Hilfsschiff aus ferngesteuert New Glenn ist ja die erste Orbitalrakete von Blue Origin Mit der New Shepard war die Firma ja bisher nur suborbital unterwegs Und suborbital ist um meine Überleitung zu Virgin Galactic Gemeinsam mit der italienischen Luftfahrtbehörde prüft das Unternehmen nämlich die Nutzung des Flughafens in Grottalien Sieht Italien als Weltraumhafen Bis Ende 2025 soll die technische Machbarkeit untersucht werden Von Flugrouten über Luftraumzugang bis zur Infrastruktur Grottalien, Italien wäre der erste Standort außerhalb der USA, an dem Virgin Galactic startet Und wenn wir mit Italien schon in Europa sind, noch ein bisschen europäischer News Die erste und zweite Stufe der Ariane 6, die sind in Kourou angekommen und nun in der Fahrzeugmontage Zusammen mit den ebenfalls fertiggestellten P120 Feststoffboostern soll der zweite Flug der europäischen Trägerrakete im Februar einen französischen Militärsatelliten starten Bevor wir uns die Starts der kommenden Woche ansehen, vielen, vielen Dank an die Senkrechtstarter Schutzengel Alle Menschen, die den Kanal auch regelmäßig Monitor unterstützen Ohne diese Menschen, da würde das Senkrechtstarter nicht mehr gehen Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern Genau unter dem Video gibt es einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft Als kleines Dankeschön gibt es dann ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung Vielen, vielen Dank Die Starts der kommenden Woche im Schnelldurchgang Falcon 9 Block 5 am Montag, 16. Dezember von Vandenberg Eventuell ebenfalls am Montag, langer Marsch 5b mit den ersten Satelliten für die Guawang-Mega-Konstellation Das wäre von Wing Chang im Süden von China aus Dienstag Rocket Lab mit Elektron und SAR-Satelliten für die japanische Firma Sinspective Am Mittwoch, 18. Dezember, da könnte die Falcon 9 von Cape Canaveral den Satelliten Astronis Block 2 direkt in den Geo schießen Und der Wochenabschluss voraussichtlich auch SpaceX mit Falcon 9 am Samstag, 21. Dezember Der bei Airbus gebaute Geokommunikationsathlet Turaya 4 NGS für einen saudischen Betreiber Noch einmal die Erinnerung für ein zeitloses Weihnachtsgeschenk mit meinem Link Und dem Code senkrechtstarter bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Novium-Bestellung Und obendrauf kostenlos Versand Code und Link in der Beschreibung Ich hoffe die News haben dir wieder gefallen Wenn ja, Like nicht vergessen Und auch gerne das Abo dalassen, wenn du es noch nicht gemacht hast 80.000 Abonnenten, das könnten wir in diesem Jahr noch voll machen Die Themen werden uns definitiv nicht ausgehen Und dementsprechend lohnt sich das Abo auch Denn dann weißt du nämlich immer, was abgeht in der Raumfahrt Ich wünsche dir ganz viel Freude mit der Raumfahrt Bis zum nächsten Mal, immer schön senkrecht bleiben Dein Mau